The Cage ist natürlich irgendwie das Thema, das mein Wochenende selbstverständlich geprägt hat. Ich habe nur mal durch das Main Event der UFC geskippt, aber das wird sich auf jeden Fall am kommenden Wochenende ändern. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Wir werden ein Watchtogether starten. Erstmals auch auf diesem Kanal. Ich glaube, der Gast wird auch für den einen oder anderen so ein bisschen überraschend sein, aber ich glaube, ihr werdet ihn mögen. Oder sie. Damit ist, glaube ich, schon ein großer Hinweis gegeben. Und vermutlich wird man sich erschließen können, wer hier mit mir sitzt. Ich habe natürlich richtig, richtig Bock auf Holloway gegen Topuria. Aber das liegt in der Zukunft. Am Mittwochabend geht es direkt erneut live. Vermutlich auch nicht alleine. Dann gibt es eine UFC 308 Preview. Für mich geht es natürlich vor allem um The Cage. Ich glaube, heute wird auch ein relativ kurzer Stream. Ich bin auch nicht irgendwie explizit vorbereitet, aber kann ja mal so ein bisschen Eindrücke aus meiner Sicht schildern. Und ich habe mich noch nicht mit dem Team unterhalten. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal ein Meeting haben. Aber ich persönlich kann es schon mal vorwegnehmen. Ich fand das Wochenende ziemlich gelungen. Sicherlich nicht durchweg. Es gibt immer irgendwie Verbesserungspotenzial. Aber dass man was zu meckern hat, würde ich als Zeichen dafür geben, dass man mit guten Leuten arbeitet, die irgendwie so eine perfektionistische Ader haben. Und ja, einfach bestrebt sind, ein gutes Produkt abzuliefern. Ich war alles in allem mit meinem Kommentar zufrieden. Grüß dich Heinrich Hempel. Klar, es gab Momente, in denen ich mich irgendwie mal versprochen habe. Und dann ist auch aus mir der Perfektionist herausgekommen, der direkt Abfax hatte. Und ja, kurz Groll auf sich selbst und meine Zunge hatte. Aber ich glaube, alles in allem war es ganz okay. Ich hatte meinen Spaß. Das ist viel wert. Ich habe auch erstmals mit Philipp kommentiert. Mit dem habe ich auch, glaube ich, ganz gut harmoniert. Wir hatten uns im Vorhinein natürlich vorgenommen. Ey, lass einfach locker Bälle hin und her spielen. Ich glaube, wir haben uns wenig Fragen gestellt. Mir fiel auf, dass ich beim Co-Main-Event irgendwann so zu Tom die Einleitung gemacht habe. Und Philipp fragte, wie würdest du seinen Stil beschreiben? Und mir ist dabei aufgefallen, ich glaube, das war die erste Frage, die ich ihm gestellt habe. Was vielleicht noch kein Zeichen von so perfektem Ping-Pong ist. Aber ja, alles in allem, glaube ich, haben wir uns ganz gut ergänzt. Auch er hat sich nicht irgendwie beschwert. Hier und da hat man natürlich übereinander hinweg geplappert. Aber Mann, wir haben live einen Kampf geguckt. Freut mich, dass Heinrich Hempel hier im Chat schreibt, dass er zumindest es gut fand. Also es gab zum Beispiel den Tom Höhlemann-Moment. Und da hat er irgendwas gerade gesagt. Und ich schreie natürlich einfach nur Headkick-Knockout. Klar unterbricht man sich. Das gehört dazu. Ich glaube, das ist die letzte Sache, wegen der ich irgendwie kritisch zu mir selbst sein sollte. Und wir können uns ja noch weiter einspielen. Also, so wie ich das verstehe. Letztendlich bin ich natürlich nicht Entscheidungsträger, sondern im Grunde, ja, Dienstleister, I guess. Aber so wie ich das verstehe, werden Philipp und ich auch so die Konstanz am Kommentatorenpult bei The Cage werden. Julian, willkommen erst mal im Chat. War auch natürlich live am Start. Julian von MMA und Maske. Freut mich, dass du das Event auch genossen hast. Das sind natürlich auch alles Dinge. Das ist kein Lob, das an mich gerichtet ist. Das Lob gehört Sascha und gehört Thomas. Ja, ich hatte auf jeden Fall, wie gesagt, meinen Spaß. Ich fand auf jeden Fall auch, so von den Prozessen, die ich miterlebt habe, war es super organisiert. Ich hatte in Magdeburg noch eher Einblicke auch in Waage und irgendwie, wie werden Kämpfer organisiert durch die Veranstaltung begleitet. Was ich halt sagen kann, ist, dass das ein Lob war in Magdeburg bereits, das Kämpfer meinten. Ich habe mich super aufgehoben gefühlt. Es war wirklich gut strukturiert. Ich wusste immer, 17 Uhr da, 18 Uhr dort, dann habe ich frei und dann lässt man mich auch in Ruhe so. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dieses Lob wird auch The Cage erreicht haben, dass man das im April bekommen hat und jetzt im Oktober ganz anders gemacht hat. Ja, dementsprechend Respekt an Thomas, Respekt an Sascha. Ich bin froh, Teil dieser Veranstaltungsreihe zu sein. Ich bin wirklich von überzeugt, dass die auch eine gute Zukunft haben. Ich glaube, The Cage wird deutsches MMA in den kommenden Jahren mitprägen. Klar, es ist eine schwierige Zeit, während Octagon sich immer mehr vornimmt und irgendwie 3-1er und 2-0er dort kämpfen. Aber vor allem mit dem Fokus auch einfach Amateursport mit zu unterstützen, glaube ich, wird man seinen Platz finden. Ich schätze, es ist immer eine Frage von Ambitionen. Akzeptiert man die Rolle der Ausbildungsstätte, die von vielen Leuten natürlich als Sprungbrett angesehen wird? Kein Mensch träumt davon, der MMA beginnt, bei The Cage einmal Champion werden. Das ist mein Lebensstil. Die träumen von noch größeren Bühnen. Aber dessen ist man sich bewusst. Und ich glaube, wenn man dort realistisch plant, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass The Cage wirklich eine Konstanz wird. Und ja, eine Anlaufstelle, die deutsches MMA irgendwie zusammenbringt. Olmodov ist krankheitsbedingt ausgefallen, Henry Schimpel. Die Frage war gerade im Chat. Ja, das gehört dazu, schätze ich einfach. Ich kann ja mal gerade die Fightcard aufrufen. Genau, also denke ich. Ich glaube, das wird nicht offiziell kommuniziert, aber ich bin einfach mal so frei und sag das. Es lag nicht an Ramsat Ahmadov, sondern an Omarov. Aber wie gesagt, Krankheiten gehören leider dazu. Ja, das mit den Replays ist natürlich auch mir aufgefallen. Das war, so wie ich es verstanden habe, einfach eine Kostenfrage. Also technisch das möglich. Aktuell ist man halt dabei, sich noch aufzustellen, irgendwo auch Puffer aufzubauen, schätze ich, finanzielles. Dinge, in die ich auch am Ende des Tages keinen Einblick habe. Keine Ahnung, wie viel das mehr gekostet hätte. Aber technisch geht das. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass man irgendwann auch dieses Geld in die Hand nehmen wird. Aber kein Entscheidungsträger, auch das sollte klar sein. Also jetzt, hab nicht verstanden, Flo hat versprochen, eines Tages gibt's die. Aber ich, Mann, das sind alles Kampfsportfans, die diese Veranstaltung auf die Beine stellen, dass Replays schon ganz schön werden. Ich glaube, das weiß jeder Beteiligte. Aber auch das ist halt eine Frage von, ne, ich hab eben von seine Rolle kennengesprochen. Aber gleichermaßen ist natürlich auch einfach eine Notwendigkeit, um sich langfristig auf so einem Markt zu etablieren, realistisch zu planen und zu wissen, was können wir uns leisten, was ist möglich, was nicht. Natürlich, Bezug zu noch viel tolleren Kämpfern hat man auch. Also fairerweise war auch auf dieser Karte so ein bisschen mehr geplant. Aber da sollte ich, glaube ich, nicht ins Detail gehen und irgendwie aus dem Nähkästchen erzählen. Aber man kann vermutlich das UFD-Gym und das Spirit und alle guten Gyms des Splendid, die da zusammenführen und nur die coolsten Leute organisieren. Aber ob man das refinanziert, ist halt die Frage. Ich tendiere zu nein. Ja, vermutlich dann auch einfach so ein Grund, genau, warum dann aktuell noch keine Replays eingeblendet waren. Ich meine, ist halt irgendwie auch so ein Draht, der lag. Einerseits ist man natürlich in der Phase, in der man versucht, Leuten näher zu bringen, was man kann, ein Produkt irgendwo zu zeigen, eine Qualität zu beweisen und sie zu Fans von The Cage zu machen. Klar muss das die Mission sein. Und dabei sollte man natürlich das bestmögliche Produkt liefern. Gleichermaßen kann man auch einfach sagen, ey, wir sind in der Phase, in der es den Stream einfach nur gratis im Internet gibt. Du schaltest ein, du zahlst keinen Cent und kannst schauen. Und plump gesagt, dann kannst du halt eigentlich auch nichts erwarten. Genau, Julian schreibt es auch im Chat, am Ende des Tages war es ja kostenlos. So sehe ich das auch. Und ich finde vor allem, wenn man sich das vor Augen führt, ja, hat man da einen super Stream gehabt. Ich persönlich fand den Tonphasenweise auch so ein bisschen super optimal, wenn ich ehrlich bin. Das Bild aber richtig, richtig gut. Ich fand, das war ein sehr schön anzusehendes Event. Und ich fand es sehr schön, dass Thomas halt auch seiner kreativen Ader irgendwie nachgehen konnte. Er ist ja der Typ, der die ganzen Grafiken einblendet, dass The Cage auch optisch so eine, ja, so ein Wiedererkennungswert, so ein Alleinstellungsmerkmal haben kann. Der erste Stream, also der letzte Stream in Magdeburg war ja noch mit Fight24. Und, ey, Fight24 macht sehr gute Arbeit, finde ich, alles in allem. Ähm, aber jeder Fight24-Stream sieht halt eins zu eins gleich aus. Nicht wertend, gleich gut so, aber du hast halt immer allein so Kleinigkeiten, wie unten die Einblendung vom Name und der Ringzeit, sieht in jeder Veranstaltung von Fight24 gleich aus. Und da bist du halt optisch gesehen und das macht viel aus, ne, auch am Wiedererkennungswert. Ah ja, das erkenne ich sofort, das ist The Cage, sieht halt alles gleich aus. Und, ähm, ich glaube, Fight24 kann und will vermutlich auch einfach kein anderes Produkt anbieten. Für die ist, ähm, natürlich auch das ein Wiedererkennungswert. Das ist ganz klar die Handschrift von Fight24. Die kennt man einfach in der deutschen Szene. Versteht man auch aus wirtschaftlicher Sicht, dass die halt auch ein gleiches Produkt anbieten wollen, dass man ihre Handschrift erkennt. Aber, ne, der Anspruch als Veranstalter ist vielleicht auch einfach eine, einen unique selling point irgendwie zu liefern. Und da finde ich super, dass man jetzt mit einer, ich glaube, das war auch zu erkennen, also da sind, glaube ich, auch, ähm, dementsprechend Dinge, die ich aussprechen kann, dass man heutzutage mit einer anderen Produktionsfirma gearbeitet hat. Ähm, ja, aber bedeutet natürlich auch, mit denen hat man erstmals gearbeitet. Ähm, mir wurde nur positiv von ihnen berichtet und ich hoffe einfach, ne, man kann diesen Stream jetzt auswerten. Man kann sagen, das war geil, das war vielleicht nicht so geil. Wie gesagt, Ton im Chat heißt jetzt leise und dumpf beim Kommentar von uns. Ähm, okay war das natürlich, aber ich glaube, langfristig ist von keinem Beteiligten bei der Organisation okay der Anspruch. Also, okay, ja, was ist okay? Okay ist halt so, hm, ja, nicht gut, nicht schlecht, aber natürlich will man ein bestmögliches Produkt liefern. Ähm, und, ähm, ich glaube, da wird man hinkommen. Für mich interessant, dass du das schreibst, ne, sowas muss man natürlich auch, oder sowas nimmt man dankend an, so ein Feedback. Du sagst leise und dumpf, so kam es mir gar nicht vor. Ich fand einfach, es war teilweise ein bisschen schlecht abgemischt. Ich fand, ich war teilweise viel zu leise. Das hatte ich vorher auch gesagt, ey, in dem Moment, in dem ein Kampf sehr ruhig verläuft, kann auch zwei Kämpfer suchen ihre Lücke im Stand, wo kann ich denn jetzt endlich die Hand durchstecken? Es passiert wenig, aber es liegt Anspannung in der Luft, in der werde ich leise sprechen. Ähm, ich werde aber auch eskalieren, natürlich so. Ähm, und hatte halt gefragt, habt ihr einen guten Kompressor auf der Spur, also etwas, was leise, Spur, leise Phase ein bisschen lauter macht und lauter ein bisschen leiser, einfach das so ein bisschen angleicht. Es hieß, ja, ähm, vielleicht hätte man den einfach so ein bisschen aggressiver, so ein bisschen härter einstellen müssen. Aber wie gesagt, das sind, Mann, das sind Kleinigkeiten. Daran wird man arbeiten, ähm, alles in allem glaube ich. Wie gesagt, wir hatten noch kein Meeting, ich habe noch wenig, tatsächlich schockierend wenig mit Sascha und mit Thomas gesprochen seit der Veranstaltung. Ich habe die auch irgendwann abends einfach nicht mehr gesehen, so, und dann waren sie halt weg und ich irgendwann auch, so. Ähm, ich weiß nicht, wie sie darüber denken, aber vielleicht ist es dann ja auch ganz cool, dass sie jetzt wirklich ungefiltert meine Einschätzung davon bekommt. Ähm, ich fand den Stream alles in allem super. Also, ne, Hans Dampf, der wilde Hans Dampf ist natürlich sowieso Gold wert, während dem Stream bereits die Videos zerhackt und als einzelne Kämpfe hochgeladen. Das ist halt krass, so, was für ein Tempo der das macht. Ähm, und da formt sich auf jeden Fall ein Team. Das sind ein gutes Team, so, ähm, das zusammenwächst als solches. Das ist, glaube ich, ähm, ja, auch einfach eine Erkenntnis, die man mal so richtig wahrnehmen sollte. Da haben sich letztendlich fremde Menschen getroffen und, ähm, wachsen zusammen und ziehen an einem Strang. Ich habe das Gefühl, man kann mit allen irgendwie klar sprechen. Ähm, ich glaube, ich könnte jedem der Beteiligten sagen, ey, das hast du richtig scheiße gemacht. Natürlich nicht so verpackt, ne, natürlich ein bisschen zwischenmenschliches Feingefühl ist notwendig, aber ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, da sind nicht so viele Egos am Start und irgendwie weiß jeder, wir denken in einem Sinne, in eine Richtung so. Ähm, das ist viel, viel wert. Ähm, ja, das ist halt wirklich schätzenswert. Ich meine, ich hätte da, sind wir, sind wir mal ehrlich, ich habe irgendwann hier mit Can, so entstand das irgendwann, einen Livestream gemacht, wir haben ein Watchtogether zu, Makachev, äh, Volkanovski 2, glaube ich, aufgenommen. Und im Chat heißt es plötzlich, ey, ich, also Name, den ich kannte, okay, aber er war halt irgendein Zuschauer. Und, ey, ich bin Teil der Veranstaltungsreihe, ich würde dich gerne als Kommentator haben. Es war halt Thomas. Und es hätte jeder sein können. Ich hätte überall landen können. Also, fairerweise, ich habe mich im Vorhinein auf jeden Fall auch erkundigt und, ähm, ja, ich habe mich über Londa eingelesen und mal Emilio angerufen und gefragt, ey, keine Ahnung, Kampfsport im Osten, alle, alle Anglocken sind an, so sind das stabile Leute. Ähm, aber wenn ich mir das alles vor Augen führe, ähm, bin ich auf jeden Fall froh, wo ich da gelandet bin, so. Äh, ich habe mich selbst mit Peter Linker, dem Ringsprecher, stundenlang unterhalten über, was weiß ich, wir haben ewig in der Lobby gehockt, am, am Freitagabend, über Lebensentscheidungen und über persönliche Ansprüche und irgendwelche Anekdoten aus seinem Leben und Arbeit mit seiner Stimme gesprochen und Stimmübungen und keine Ahnung, was alles so. Ähm, das ist cool auf jeden Fall. Ich weiß es auf jeden Fall zu schätzen. Ich glaube, Thomas wird das auch hören, irgendwann diesen Stream an der Stelle nochmal. Über diesen Weg, danke für die Chance. Ich hatte definitiv meinen Spaß und freue mich auf jeden Fall auf Barling, was natürlich auch gleich Thema werden könnte. Wir können hier nochmal so die Fight-Karten ein bisschen durchgehen. Ähm, ja, Dominik Riebe, sehr dominant auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall ein eindeutiger Kampf. Ich glaube, generell, das könnte man auch ein bisschen zusammenfassen. Zum Event vielleicht rückblickend. Ich habe mich mal so gefragt, okay, wie hätte ich das Event als reiner Zuschauer wahrgenommen? Ich meine, ich habe jetzt einfach eine spezielle Sicht auf die Prozesse und die Veranstaltungen natürlich. Ähm, jeder liebt Finishes. Jeder Kampfsportfan mag es, wenn Leute gefinished werden. Ich glaube, vor dem Hintergrund war es für die Zuschauer eine geile Sache. Ich meine, wir haben so viele Finishes gehabt. Das war richtig schnell auf jeden Fall. Also, fairerweise, ich hatte halt den Kontrast zu Magdeburg, wo ich halt irgendwie Amateure plus eine Maincard, und das waren ja beides lange, das waren ja eigentlich zwei Events, wo ich da das alles kommentiert habe. Das war, wusste auch jeder Beteiligte im Nachhinein, boah, das war ein bisschen sehr krass, auch für Zuschauer. Ähm, aber das da, vor allem in dem Kontrast, kam mir so schnell vor. Also, ich habe irgendwann mir gedacht, krass, jetzt läuft schon Arsenal gegen Kondirov ein, wir sind schon bei der Maincard, und dann vier Kämpfe später, wild, jetzt kommt das Kummer in. Wie schnell fliegt denn die Zeit hier? Äh, was natürlich daran lag, dass schnelle Finishes, ähm, durchgehend der Fall waren. Und ich meine, dann, ähm, war es halt auch sehr gut getaktet. Das ist ja typisch bei diesen Veranstaltungsreihen, die halt so TV-Deals haben, ähm, dass du, wenn Leute gefinished werden, dann halt ewig Pause hast. Hier war es nicht der Fall. Der Nächste läuft ein und der Nächste und der Nächste und der Nächste so. Ähm, das ist halt als Zuschauer cool, aber Julian schreibt genau meinen Gedanken in den Kommentar. Rückblickend kommt es einem halt relativ einseitig vor. Ähm, das war mir am besten Willen nicht so vorher gesehen, da bin ich mir sehr sicher. Sascha hat auf jeden Fall den Anspruch, Match-Ups auf Augenhöhe, niemand kriegt hier Geschenke. So sollte das nicht sein. Ähm, aber genau, ich glaube, man läuft halt Gefahr. Sowas kann passieren, sind wir ehrlich. Ich glaube halt auch so, wir sprechen hier von der Maincard zu Beginn von einem 1-0-er gegen einem 1-0-er. Das ist schwer einzuschätzen. Also ich persönlich habe, kann ich jetzt einfach mal hier, ich sage doof beichten, aber ich kann es euch einfach schildern, ich habe den Kampf von Nuri Aslan als Profi der Böe nicht gefunden. Ich wusste nicht, was der so lustig macht. Ich habe meine Dinge, die ich zu dem gesagt habe, auf den Sachen, die er mir erzählt hat, aufgebaut. Und das ist halt schwierig, ne? Dann halt auch da, also darauf muss man vermutlich auch als Matchmaker irgendwann vertrauen, weil, ja, keine Ahnung, wir brauchen jetzt einen Gegner mit einem vergleichbaren Rekord. Ich glaube, Matchmaking auf diesem sportlichen Niveau oder am Punkt in so einer Karriere ist halt auch eine schwierige Sache. Wir hatten mit McGratton einen kurzfristigen Ersatz. Das Matchup von Kraus gegen Dubilzig, das hat sich irgendwie angeboten, das hat sich selbst geschrieben. Dann hatten wir diesen Chaos, Kampf zwischen Langen und Frischmut. Auch Tom Höhlemann, Profidebüt, Debutanten gegen Debutanten, Mann, auf was willst du das aufbauen? Ja, okay, Tom Höhlemann, von dem weißt du, dass er gut ist, aber finden wir jemanden mit einem einigermaßen vergleichbaren Rekord, der da Gegner ist. Und das Main Event ist ja auch wegen einem Krankheitsfall. Also ich glaube, Robin Frank gegen Dom Norcus wäre ein Banger-Kampf gewesen. Das ist ja auch kurzerhand so entstanden. Also da würde ich mit der Kritik zu appellieren, ein bisschen vorsichtig zu sein. Ich fühle es halt komplett. Und wenn so etwas regelmäßiger vorkommt, hat man halt mit der Zeit ein komisches Bauchgefühl. Also da, ich glaube, das muss man schon auch so ein bisschen mit Alarmglocken wahrnehmen. Ui, Matchmaking war geil, hat Action geliefert, so, wir haben Highlights generiert, natürlich, aber es gab wenig Kämpfe, die wirklich heiß umkämpft waren. Der Kampf zwischen Sevim, ich glaube, der steht hier gar nicht drauf, nicht Sevim, zwischen, ach man, jetzt muss ich meine Notizen aufmachen. Moment, ich mache das mal parallel hier. Da gab es schon ein paar Amateurkämpfe, wo ich mir dachte, oh, das war ein geiles Minitär, da war ich mir wirklich unsicher, wer den Kampf jetzt gewonnen hat und so. Aber ja, war natürlich trotzdem eine schwierige Sache. Ich spreche vom Kampf zwischen Sivac, hieß er, glaube ich, Sivac gegen, genau, Baris Sitschak, entschuldigt bitte, gegen Paul Friedrich zum Beispiel, war für mich, glaube ich, der geilste Kampf, weil ich mir wirklich danach dachte, okay, über drei Runden gegangen, ich würde es in die eine Richtung geben, aber kleine Tendenz, dann wurde es anders gewährt und ich dachte, boah krass, ja, hätte man jedem geben können. Es gab natürlich Kämpfe. Genau, es ist halt, André Schämpel schreibt, wer sich im Sport auskennt und die Hintergründe kennt, der kann es nachvollziehen, aber, naja, man muss sich halt schon auch vor Augen führen, ey, man verkauft dieses Produkt nicht nur euch Leuten, die in einem Stream von mir am Montagabend talken und sagen, ja doch, komm, geplapper über eine Veranstaltung, will ich mir noch anhören. Das ist halt wirklich die, die, die Ausnahme, alle haben sich so angeguckt. Ja, also sprichst du von der Entscheidung von Friedrich gegen Cicac. Ich müsste den Kampf nochmal sehen. Ich fand es jetzt keinen Skandal, aber kommentierend, muss ich wirklich sagen, ist mir in Magdeburg bereits aufgefallen, jetzt nochmal, es ist wirklich schwer. Du bist halt durchgehend irgendwie einfach nur unter Strom, hochkonzentriert, ich will jede Aktion irgendwie mitbekommen und was dazu sagen und danach funktionierst du weiter und denkst schon gar nicht mehr darüber nach, was ist denn eben alles passiert. Natürlich bleibt dir irgendwie ein harter Knockdown im Hinterkopf, aber du zählst keine Jabs und so, von daher, ja, schwierig, kein Plan. Genau, der Stream war auf jeden Fall auch gut geklickt. Hätte ich auch echt nochmal drauf hinweisen müssen, 1500 Views, schreibt Heinrich Schempel so in der Spitze. Da war noch mehr drin. Wir waren Phasen, also über zwei habe ich mitbekommen. da kamen dann Coe und Main Event nicht so geil an. Okay, interessant, weil die so eindeutig waren. Also, ich weiß halt jetzt, ich verstehe das im Gesamtbild, so, wie gesagt, viele Finishes, viele kurze Kämpfe, aber dass dann die beiden Kämpfe so explizit hervorstechen, überrascht mich. Also, ich weiß nicht, warum er sich über die aufregt, aber dann Kodirov gegen Arslan, der den einfach mit Kicks zerhackt und ich, im Rückblick, jetzt gar nicht irgendwie respektlos, runterredend, gemeint, ich erinnere mich an eine Aktion von Arslan. Also, wüsste ich jetzt nicht, wo der Unterschied zwischen dem Kampf und dem Co-Main Event oder Main Event ist, aber, ja, whatever. Ja, wir können ja mal auf die Karte eingehen, wie gesagt, Riebe sehr, sehr dominant. Ahmadi war, hatte eine gute, gute Aggression auf jeden Fall am Start. Die Kämpfe kennt die ja noch gar nicht. Wild. Das fällt mir gerade auf. Die waren ja, also die Live-Zuschauer okay, aber die von zu Hause aus nicht. Dann, überspringe ich. Sorry. Ali Savari, damit begann es für euch. Checkt den YouTube-Kanal von The Cage ab. Ja. Okay, ja, da ist die Erläuterung von Heinrich Schempel. Ich lese mal für die Leute, die es so ein bisschen als Podcast wahrnehmen vor, weil er Bassi nicht so gut körperlich gemeint vermutlich aussah und Main Event einer mit 21, 42 da stand. Verstehe ich, okay. Ich finde dann, also ich erinnere mich an viele meiner Worte natürlich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich noch zum Co-Main Event gesagt habe, ey, Optik, ich verstehe, dass das ein Bauchgefühl mit sich bringt, aber wir haben schon einige Leute mit noch viel schlechterer Figur im Main Event, im Heavyweight, sorry, richtig viel abreißend sehen, also keine Ahnung, Taito Iwasa und weiß ich nicht, Mark Hunt hat, glaube ich, dann Philipp drauf verwiesen und zu den 21, 42 habe ich ja auch zumindest beim Walk-In gesagt, gegen welche Leute der gekämpft hat. Also, hat er hier abgeliefert? Nein, ähm, ja, aber, wir hatten da halt auch einen 3-0er, ne, gegen den Typen, der gegen es mit Saladin Parnas im Cage stand. Also, ich verstehe den Hate, aber wie gesagt, es ist schon notice eingesprungen, ähm, Gott sei Dank hat er das Main Event gerettet und so einfach fand, also, felsenfest und überzeugt, dass Norcos leichtes Spiel mit ihm haben wird, vor allem hätte ich nicht, war ich beim Vorhinein nicht, das muss ich echt sagen. Ja, Alessavadi hat mich auf jeden Fall, ähm, überzeugt, ähm, zu dem Frauenkampf weiß ich nicht, wie sehr ich ins Detail gehen kann, aber, es gab einen Fernsehbericht, der das schon klar gemacht hat, an welcher Frau es scheiterte, eigentlich sollte im NDR ein Bericht kommen oder kam ein Bericht, der sollte über den Kampf von Luisa Barnack sein, aber Sabrina Mautz ist gesundheitartig, Medizincheck nicht bestanden, und das wurde auch in einem TV-Bericht gesagt, weiter ins Detail werde ich da auch nicht gehen, aber, ähm, ja, das war, dementsprechend gehört wohl auch dazu, sage ich jetzt mal ganz, ähm, ganz plump, das ist der Grund, warum dieser Kampf nicht, nicht stattgefunden hat. Sebastian Stetter, keine Ahnung, man hat mir irgendwie leid getan, sage ich mal rückblickend, da war der Bessere hat gewonnen, das war jetzt nicht Kretek, sondern Dadista, ähm, krasse Performance, ich habe das Statement auf jeden Fall gefeiert, mit wegen, äh, von wegen, ich bin 18, ich bin ein paar Nahen, es passt, äh, richtig plumpes Statement natürlich eigentlich, aber, fand ich irgendwie, wie soll ich sagen, ist hängen geblieben einfach, davor war ja auch noch Husard aufstimmt, der, der, ähm, inzwischen Hannoveraner, der mit Braunschweig auf die 1, erst mal, die Halle richtig angezündet hat, Sebastian Stetter scheint halt ein Trainingsweltmeister zu sein, das sagt er von sich selbst, das wurde mir auch im Vorhinein gesagt, ich hätte das so nicht kommuniziert, wenn er, das nicht selbst von sich behauptet hätte, ähm, aber, ja, hat mir irgendwie leid getan, halt zu wissen, jeder spricht über den jungen Mann, als ob er richtig was könnte, als ob er im Training einiges zeigt, und lastig gesagt, dann Sascha ist ein herrlicher Mensch, also zu mir würde der auch sagen, ich hab da einen, ich glaub irgendwie nicht an den, aber jeder sagt, Sebastian ist richtig gut im Training und irgendwie kriegt er die PS nicht auf die Straße, scheint sich, mental, glaube ich, so ein bisschen im Weg zu stehen, also es lag in dem Kampf ja auch so an Output, würde ich sagen, hat so ein bisschen Einzelaktionen gebracht und ja, nicht so richtig irgendwie in den zweiten Gang gefunden, ähm, ist halt schwerer und schwerer, schätze ich, ähm, sich da zu fangen und dann doch zu irgendwie, ja, die eigene Leistung abrufen zu können, umso mehr Niederlagen man sammelt, er ist im Amateurbereich, wenn der weiterhin an diesem Traum festhält, weiterhin verarbeitet und sagt, ich scheine, keine Ahnung, vielleicht muss ich mich mal wirklich in dieser jungen Karriere, bevor ich Profi werde, keine Ahnung, mit einem Sportpsychologen unterhalten oder so, ähm, dann ist es irgendwann egal, wenn der Schalter irgendwann umgelegt wird und der seine, ich sag jetzt wieder PS auf die Straße bekommt, ab dem Moment, wo der Profibereich ist, scheißegal, wie der in der Amateurkarriere abgeschnitten hat, aber Stand jetzt scheint er halt dieses Problem zu haben, ähm, natürlich bin ich als Kommentator irgendwie unparteiisch, sag ich mal, und Dardista hat gut geliefert, ist mit einem Tag Vorbereitung eingesprungen, krass auf jeden Fall, ähm, danach zeigt er irgendwie, bringt er am Mikrofon eine Aussage, die hängen bleibt, geiler kann es für den nicht laufen, ich freue mich gleichermaßen für den, ist das Wettkampfsport, irgendwer muss gewinnen, aber da muss ich schon sagen, auch wenn ich natürlich in der unparteiischen Rolle irgendwie war, das tat mich schon irgendwie leid für Städte. Naja, wie gesagt, ähm, vielleicht hört er sich, schaut er sich das ja auch mal an, ähm, es wird irgendwann egal sein, also, lasst den Kopf nicht hängen, so leicht gesagt es natürlich auch, äh, ist, es ist einmal, der Amateur-Record, der bockt irgendwann niemanden mehr, ähm, ja, ich stecke halt nicht genug drin, um irgendwie zu verstehen, was der Junge braucht, also, ist halt eine superschwierige Sache, ähm, ich kenne inzwischen zwei Sportpsychologen, zufällig, sag ich mal dumm, vielleicht müsste ich da irgendwie mal drauf verweisen, vielleicht wäre er da ja offen für, ich weiß es nicht, ähm, im Chat heißt es noch, einleitend noch, äh, oder erläuternd so, auf die Aussage mit, Co-Main-Event und Main-Event kam nicht gut an, na, Basti meine ich jetzt im Kampf, Hände tief, Jab eher Alibi, und dann die High-Kicks völlig ohne Sinn, ja, ja, doch, kann ich ein bisschen nachvollziehen, ich hatte halt so das Gefühl, ähm, der weiß genau, welche Highlights es von ihm im Internet gibt, und in denen schwingt der einfach nur wild, und wirklich läuft wie so eine Windmühle auf die Leute zu, und versucht einfach Kraft irgendwie ins Ziel zu ballern, ähm, vielleicht wollte er, weil er dachte, Tom wird genau damit rechnen, abwarten, mit ihm kämpfen, aber ja, die High-Kicks habe ich auch nicht gefühlt, da bin ich auf jeden Fall bei dir, und klar, die tiefen Hände, Höhlemann hat viel zum Bein getreten, vielleicht war die Hoffnung, mal eins abzufangen, hat er sicherlich auch den letzten Kampf von der Deutschen Meisterschaft gesehen, gegen, ähm, jetzt, herge ich schon mal den Namen, Joshua auf jeden Fall aus dem UFD-Gym, sorry, Mann, ähm, aber den letzten Kampf von Tom Höhlemann, Bögeholz? Nee, doch, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich verwechsel ihn, auf jeden Fall, ähm, hat Tom da halt auf dem Rücken gelegen, und nicht gut ausgesehen, sind wir ehrlich so, und, ähm, vielleicht war die Hoffnung, irgendwie fange ich dann Kick ab, und ab dann ist das mein Kampf so, weil der ist ja auch Ringer, schwerer Mann, wenn der auf dir liegt, musst du erstmal hochkommen, klar, Höhlemann ist ein Heavyweight, aber, ja, bin ich gespannt, ähm, auf den, auf den Bericht bei NDR Niedersachsen eingehend, du schreibst guter Bericht, ich fand den nicht so geil, ehrlich gesagt, also es war einmal die Rede von Stacheldraht, wo ich mir dachte, nein, das ist kein Stacheldraht, das ist Maschendraht, vielleicht wollt ihr dir das sagen, aber Stacheldraht klingt halt, also barbarischer kannst du es ja nicht ausdrücken, ist halt einfach falsch so, also als ob so Hindernisse, dass du nicht aus diesem Cage klettern kannst, während du geschlagen wirst, da so sind, also schreckliche Wortwahl, und auch, dass dann, also okay, das war eine Aussage von, von, äh, Luisa Badenack, aber dass sie sagt, das ist schon noch geil, wie brutal dieser Sport, das hat mich immer schon fasziniert, Brutalität auch in Filmen und so, das macht mich heiß so, Mann, das ist keine Optik, die der Sport braucht so, also, ne, wie gesagt, hat sie gesagt, als Motivation auf die Frage, auf die Frage, als Antwort auf die Frage, was so ein bisschen Motivation oder Faszination ist, aber irgendwer hat halt auch gesagt, im Schnitt, doch, doch, die Aussage brauchen wir im Bericht, fand ich sehr suboptimal, ehrlich gesagt, ähm, aber, gut, ist vielleicht auch, meckern so, aus so einer Sicht von wegen, ey, wir müssen irgendwie, als Sport, in eine richtige Richtung, wir müssen zeigen, das ist Wettkampfsport, da ist kein Hass drin, es gibt ein ganz, ganz klares Regelwerk, auf die Sicherheit von Kämpfern, wird natürlich so gut geachtet, wie es in diesem Regelwerk geht, klar, es ist ein harter Vollkontaktsport, aber, ähm, da ist niemand wehrlos, so, sobald du, wer, also wehrlos giltst, wird unterbrochen, ähm, wenn du am Boden weiterhin geschlagen wirst, was, glaube ich, optisch die schwierigste Sache ist, für Leute, die diesen Sport erstmals sehen, bedeutet das, dass du verteidigst dich noch, äh, noch aktiv und schaffst es eben, häufig auch hochzukommen, oder sogar den Kampf per, per Aufgabegriff zu gewinnen, das wäre irgendwie immer die Message, die ich mir irgendwie wünschen würde, aber, irgendeine Frau sagt, ich finde geil, wie brutal dieser Sport ist, als einzige Aussage dazu, was sie fasziniert, nicht wie facettenreich, oder wie fordernd, oder so, fand ich jetzt nicht so geil, und dann ist da halt, wie gesagt, die Rede von Stacheldraht, ja, naja, aber schön, dass da ein TV, eine TV-Produktion war, ein öffentlich-rechtlicher Sender, klar, ähm, ja, da ist er Huserloff, hab ich ja eben schon was zu gesagt, guter Sieg, ähm, hat natürlich auch die, die Halle angesteckt, Gashemi hat mich richtig überzeugt, den fand ich wirklich stark, hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, bevor ich jetzt mich natürlich, äh, auf ihn vorbereitet habe, ähm, Top-Performance definitiv, wirkt für mich wie ein, eines, ja, der herausragendsten, eine der herausragendsten Amateure, die wir aktuell so haben, ähm, gut platziert auf jeden Fall auf der Karte, ähm, Rui Fenner natürlich mit der Home-Crowd, der war richtig Stimmung in der Halle, ich weiß nicht, wie das über den Monitor bis nach Hause transportiert wurde, ähm, 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 ja, fand ich, fand ich gut, dass der einen toffen Gegner hatte, sehr gut gewählt, ähm, ich meine, der sah auch, äh, in Magdeburg gegen Sebastian Stette sehr stark aus, ähm, in dem Fall hat er halt seinen, ich sag jetzt mal Meister gefunden, hat mir, weil wir davor halt so ein bisschen geschrieben haben, einfach nur, weil ich mich für ihn informieren wollte, über ihn informieren wollte, und auf ihn vorbereiten wollte, was im Kommentar zu ihm sagen wollte, hat mir danach dann nochmal direkt geschrieben, wie sehr ihn dieser, diese Niederlage abfuckt, und wie häufig er den Kampf schon gesehen hat, dass er wusste, genau diese eine Szene hat mir meinen, meinen Hals gekostet, hat mich meinen Hals gekostet, ich werde härter arbeiten, jetzt werde ich erstmal, meinte er, deutscher Meister im Muay Thai, und danach wird sofort wie dem MMA angegriffen, also, das ist niemand, der sich von dieser Niederlage runterzuziehen lässt, scheint zumindest laut eigener Aussage nicht so, reden kann man natürlich viel, ob er dann wirklich 110% im Training gibt, wird sich zeigen, aber ich glaube ihm selbstverständlich, bin gespannt, wie der zurückkommt, aber vor allem wirklich was, was Ramin Gashemi noch so macht, der hat auf jeden Fall performt, wie gesagt, Achma Omoorov krankheitsbedingt ausgefallen, und ja, Main Card, ey, keine Ahnung, viele krasse Performances, also ich muss da eigentlich, vielleicht doch gar nicht auf jeden Kampf einzeln eingehen, Farid und Kodirov voll abgeliefert, krass, ich glaube, Nuri Aslan hatte auf jeden Fall auch so gesundheitlichen, ein paar Probleme, ich habe ihn danach nochmal angesprochen, also der hatte ja auch Gewicht nicht gemacht, deutlich nicht gemacht, auch er schilderte mir so wie sein Coach, dass die in der Sauna versucht haben, Gewicht zu machen, und ich habe noch nie Gewicht gemacht, aber den Effekt beschreiben, mehrere Sportarten, dass es diese Tage gibt, an denen Körper wirklich nichts hergeben will, der hat in der Sauna gehockt, und einfach nichts verloren an Gewicht, trotzdem hatte ich ihn dann nochmal gefragt, ich habe ihn halt auch auf der Afterparty natürlich geknickt gesehen, woran lag es, ein bisschen taktvoll natürlich versucht zu verpacken, warst du irgendwie krank oder so, und er meinte, ja, zwei Wochen vorher war ich erkältet, wollte das selbst gar nicht als Entschuldigung nehmen, hat es auch so, das so direkt so als, ja, aber darum ging es nicht, nicht abgetan, aber, ja, kann vielleicht ja auch so ein bisschen Einfluss darauf gehabt haben, dass der halt auch nicht abgeliefert hat, muss man einfach sagen, ähm, ja, Faridun wiederum war einfach heiß, der Typ ist motiviert, sieht man an jedem Kick so, ähm, ich habe im Kommentar, glaube ich, gesagt, dass ich liebe, wie der Deutsch spricht, und das tue ich, ich kriege irgendwie einen Grinsen, also, weil der mir einfach auch sehr sympathisch ist, und ich mag, dass der es einfach macht, so, weil, ja, ich weiß nicht perfekt, aber, was soll ich jetzt hier Englisch reden, so, ähm, oder irgendwie, dann der stumme Junge sein, der irgendwie nie spricht, weil er zu schüchtern ist, ich hoffe, das hat jeder verstanden, dass ich das natürlich nicht irgendwie von oben herab belustigend, so, haha, der Idiot kann kein Deutsch, meinte, er weiß das ganz sicher, wenn er das hört, da bin ich mir sicher, weil er den Umgang von mir mit ihm kennt, ähm, ja, aber, ich hoffe auch jeder zu Hause, ich muss mir das nochmal an, denn ich weiß nicht mehr ganz, wie ich das verpackt habe, habe mich rückblickend so ein bisschen geärgert, dass ich das gesagt habe, weil ich mir dachte, ah, es wird vermutlich Leute geben, die das so belächelnd, haha, der dumme Ausländer-mäßig verstanden haben, hier, Leute, die meinen Livestream verfolgen, wisst auf jeden Fall, so meine ich das natürlich nicht, und ich glaube auch Farid und das Team und so, vertraut darauf, auf, ja, vier Kilo wirkt, als ob er irgendwie Waterloading nicht richtig durchgezogen hat oder so, heißt es nochmal im Chat, steckt man nicht drin, keine Ahnung, also so explizit, vor allem auch so vorwurfsvoll, nach der Niederlage wollte ich jetzt auch nicht mit ihm sprechen, ähm, nach der Nummer und hast du es nicht richtig gemacht oder so, weil ich halt auch fairerweise auch einfach selbst wirklich kein Experte bin, was Gewicht machen angeht, ähm, ich hoffe einfach, also auf jeden Verlierer bezogen, was seine Leistung im Cage angeht, sowieso, aber halt auch bei ihm, was diese, diesen Faktor angeht, man wird einfach reflektieren, was hat man gegebenenfalls falsch gemacht, ähm, es war jetzt eine ärgerliche Sache, der hat, einen beachtlichen Teil, ich weiß nicht wie viel, ob das verkündet wurde, aber einen großen Teil seiner Gage verloren, ähm, hat den Kampf verloren, von daher kann man jetzt nicht sagen, der Weightbully, der sich zu schade war, die letzten Kilo zu machen, hat den Kampf halt auch verloren, so, äh, gewonnen, so war es halt nicht, von daher ist nur für ihn selbst, was Doofes passiert, dementsprechend, bin ich happy mit dem Verlauf, also ich glaube, ja, ihr werdet verstehen, wie ich meine, wenn man teilweise, ist ja nur logisch, die letzten Kilos, die letzten Gramm, die letzten, ja, Gramms sind, die schwierigsten, wenn du dann halt teilweise siehst, Leute machen ganz bewusst kein, oder du hast so das Bauchgefühl, ah, vielleicht war das Kalkül, man wollte sich nicht so durchquellen, seinen Körper nicht so schänden, und dann siehst du diese Leute gewinnen, denkst du dir rückblickend, so, ja, irgendwie war das jetzt unfair, das war in dem Fall nicht so, von daher bin ich erstmal cool damit, man muss halt im Auge behalten, wird der regelmäßiger Gewicht nicht schaffen, ist er vielleicht in der falschen Gewichtstasse, aber wenn ich ihn mir körperlich anschaue, glaube ich das nicht, der kommt aus dem Ringen, er meinte im Ringen, macht man länger Gewicht, hat er mir gesagt, fällt mir jetzt ein, im MMA macht man es halt irgendwie kürzer, müsste er sich auch so ein bisschen dran gewöhnen, aber ich glaube, der wird, der wird da hoffentlich reflektieren, und sich irgendwie, reinarbeiten, vielleicht war es ja wirklich ein Off-Day, es wird häufig beschrieben, manchmal geben Körper echt nichts her, vielleicht ist er an dem Tag einfach, ja, keine Ahnung, also vielleicht war da der Körper wirklich der Grund, ich kann es letztendlich nicht sagen, das muss nur er beantworten, ich hoffe, er wird sich auch natürlich, wie jeder andere Verlierer, nicht von unterkriegen lassen, er wirkte nicht so, habe ich auch so ein bisschen mit ihm gequatscht, von daher hoffe ich, ey, angreifen, sich von anzünden lassen, jetzt erst recht, ich stehe 1-1, ich kann 10-1 enden, und dann ist der Record super, aber ab jetzt ist er irgendwie so ein Punkt, an dem ich durchziehen muss, so 1-2 sieht schon doof aus, negative Bilanz, ich drücke ihm die Daumen, dass er da irgendwie seinen erfolgreichen Weg findet, ja, Piracek gegen Kazumian, eigentlich geplant, wäre natürlich ein geiles Duell geworden, McRetton, ja, lasst euch gesagt, ein sympathischer Kerl, generell diese beiden Iren, mochte ich beide sehr, Norcos so wie ihn, der hat halt echt abgeliefert, also, ich muss schon sagen, McRetton ist, stets auch mal hart zu treffen, ich habe mir seinen ersten Profikampf angesehen, und ich finde auch in diesem Kampf hat er halt immer mal eine Hand abbekommen, wo ich mir dachte, uh, der hat dich schon gut durchgerüttelt, ja, du scheinst ein Kind zu haben, der holt dich auch schnell von diesen Treffern, ist ja auch austrainiert und so, ähm, aber, wenn ich mal, äh, meckern auf hohem Niveau soll, glaube ich, das Deckungsverhalten ist so eine Sache, an der der noch so ein bisschen arbeiten muss, ähm, aber, ey, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, sobald er an Take-Time da war, hat er halt kurz einen Prozess gemacht, der ist motiviert, ähm, der ist Vollzeit wirklich Kämpfer, der steckt da alles rein, ähm, ähm, ich glaube, die werden einen erfolgreichen Weg gehen, ich hab tatsächlich mal, ähm, weil ich dachte, wird irgendwer darüber berichten, hab ich bei Twitter, TheCageMMA5 eingegeben und so zwei irische Sportjournalisten gefunden, denen ich sogar folge, ich folge einfach jedem MMA-Reporter, den ich finde, der in meiner Wahrnehmung seriöse Arbeit macht, die haben halt mal so irgendwie über Cage Warriors oder so berichtet, beide so maximal 2000 Follower oder so und haben irgendwie einfach so über die Iren in Deutschland geschrieben, hab ich auf jeden Fall gefeiert, also der Twitter-Hashtag TheCageMMA5 existiert, ähm, hab ich zufrieden lächelnd wahrgenommen, also die Iren wurden auch aus dem Ausland verfolgt, ja, und ich finde die super, würde mich freuen, wenn die weiterhin bei TheCage am Start sind, ich meine, du wirst immer wissen, dass dieser Sport teilweise auch, ich sag mal, schwierige Persönlichkeiten anzieht, ähm, es ist ein, ja, harter Sport, wie gesagt, der Leute, die teilweise auch ein bisschen komisch drauf sind, anzieht, aber, und dementsprechend musst du, glaube ich, wenn du einfach den Anspruch hast, die Besten zu versammeln, die du so bekommst und die du irgendwie, ja, ernst nimmst, sag ich mal, sag ich mal sportlich, wirst du irgendwann auch Leute auf der Karte haben, wo du denkst, ja komm, sportlich stark, menschlich ist jetzt nicht so mein Fall, aber muss ja keiner wissen, aber es ist schon viel wert, auch einfach sympathische Leute in der Veranstaltung zu haben, also kämpfen zu haben und zu wissen, hey, mit denen sind irgendwie auch Bilder und Interviews möglich, in denen gelächelt wird und irgendwie mal was Nettes gesagt wird, Sportsmanship und so, ähm, und die beiden sind 100% geeignet dafür, es gibt natürlich auch einen internationalen Touch, ähm, feiere ich auf jeden Fall, ich glaube, es ist auch eine Sache, vor der sich, äh, The Cage nicht verschließt, natürlich will man Fokus auf Deutsch, Simon Maymann ist eine deutsche Veranstaltung, ähm, legen, aber ich finde es geil, dass da irgendwie ein Irrer am Start ist und ein Hollander ihn ersetzt und ein Iraner irgendwie gegen Tom Höhlemann kämpft, klar, der lebt jetzt in Deutschland, aber eh versteht, was ich meine, ähm, ich will die Iren, also weiter, gerne, gerne weiter bei The Cage sehen, ähm, ja, Lukas Kraus gegen Sören Dobilzig war halt wieder ein richtig schnelles Ding, richtig krachendes Ding, ähm, es klingt jetzt so ein bisschen doof, weil ich Sören wirklich mag, aber ich hab's, ich sag mal doof befürchtet, ähm, ja, ich hatte, hab mir, hab mir gedacht, also Sören ist ein sehr, sehr guter Grappler und ich hab Lukas nie grappeln sehen, aber dadurch, dass er irgendwie Naga Champion wurde, hab ich nicht so unbedingt gefühlt, dass das unbedingt der einfache Weg wird, ähm, ich dachte wirklich, Sören muss, ähm, im Stand deutlich mehr zeigen, als gegen Tom Götz, ähm, ich glaube auch, der war vorbereitet darauf, ähm, ich bin auch fest von der Wolke, dass er das Zeug dazu hatte, mehr zu zeigen, also dieses Knie hat halt wirklich kurz einen Prozess gemacht, so, ich hätte sehr, sehr gerne eine längere erste Runde, gerne eine zweite oder eine dritte gesehen, aber dass die Härte von Lukas irgendwann Kampf entscheidend wird, hab ich zugegeben befürchtet, ähm, ich hätte mir vorstellen können, dass es ein 15 Minuten Kampf wird, wo man rückblickend sagt, okay, schauen wir in die Gesichter, der eine hat wirklich recht viel abbekommen, der andere ein bisschen weniger, die Härte hat gewonnen, aber, ja, Lukas Kraus ist wirklich ein Finisher, auch echt ein massiges Lightweight, ähm, der macht schon ordentlich Gewicht, muss man echt sagen, also, lasst euch gesagt, wenn man neben dem steht, und auch mal das eine oder andere Lightweight gesehen hat, das ist wirklich ein Brocken, jetzt nicht so, wo ich mir denke, alter, so einen massigen Typ, hab ich ja noch nie gesehen im Lightweight, aber, es ist eine Ansage, mit was so einer Physis, der im Lightweight aktiv ist, ähm, ich hoffe, das fliegt ihm nicht irgendwann um die Ohren, ne, muss man natürlich schon auch sagen, Hartgewicht machen, ist jetzt nicht gerade förderlich für eine lange Karriere, keine Ahnung, wie die Nieren aussehen, ähm, oder vor allem, wie sie halt in 10 Jahren aussehen, wie gut, ob das Kinn immer gut hält, ob, äh, er ihm das irgendwann um die Ohren fliegt, äh, wir haben, Lukas noch keine schweren Treffer, äh, gesehen, nehmen sehen, ähm, gleichermaßen kann es halt auch den einen Tag, jemand nimmt der Körper irgendwie nicht so gut, die Flüssigkeit bis ins Gehirn zurückführt und so, ähm, natürlich wünsche ich es ihm nicht, ich drücke ihm die Daumen, dass es alles gut geht, ähm, aber klar kann man an der Stelle trotzdem nochmal darauf verweisen, dass es natürlich auch ein, ich sag mal, zweiständiges Schwert, äh, ist, hat Vor- und Nachteile, aber man, wenn der Typ erfolgreich Gewicht gemacht hat, wenn der gut aufgeladen hat, der Körper alles angenommen, hat und der wieder voll im Saft steht am Kampftag, dann ist der natürlich, äh, ist der natürlich eine Ansage in dieser Gewichtsklasse und, ja, wie ich es im Stream gesagt habe, krasser in die Profikarriere starten kannst du ja wohl nicht, drei Kämpfe im Jahr 2024, drei Finishes, so kann es natürlich weitergehen, ich bin gespannt, wann wir ihn wiedersehen, ähm, wir, ähm, haben Interviews gesehen, ähm, mit Merle, ähm, ich, das, ja, im Cage war es, genau, hat er ja auch gesagt, ich muss ein paar Verletzungen auskurieren, deswegen dieses Jahr vermutlich nicht mehr, aber, ähm, ja, im nächsten Jahr bin ich gespannt, wie es weitergeht, es werden irgendwann härtere Tests kommen, es wird auf gar keinen Fall bis in die UFC hinein so sein, dass der in der ersten Runde jeden finisht, ich bin sehr gespannt, wie die Cardio von Lukas ist, wie die Nehmerqualitäten sind, wie es aussieht, wenn ihn mal jemand testet und ihn auf den Rücken legt, stand jetzt müssen wir darauf warten, dass das passiert, und, ähm, ich würde mich für ihn freuen, wenn es noch ein bisschen länger dauert, also auch den vierten, den fünften Kampf lang dauert, bis wir sehen, dass der, dass der halt echt auch gefordert wird, aber, ja, ich hoffe halt auch für seine Entwicklung, die Tests werden härter, ähm, ich hoffe, man baut den auf eine gute Art und Weise auf, und geht halt nicht so einen Weg wie, ja, man ist beim einen oder anderen Gym so ein bisschen kritisiert, einfacher, 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 einfacher Gegner, bis man auf der großen Bühne steht, und dann merkt man, ach, krass, da gibt es ja viel, viel bessere Leute, so, also, ähm, ja, ich hoffe, das wird mit der Zeit, ähm, mit der Zeit einfach gut und vernünftig aufgebaut. Die Interviews mit Merle werden auf dem The Cage Kanal, ähm, kommen, ich habe die gerade geschnitten, ähm, dementsprechend schon gesehen, in den Kanal gejagt, aber Thomas macht noch Titel und Thumbnails, und dann gehen die auch. Ich bin mir sehr sicher, zeitnah, Online-Stand, jetzt sind sie ja Thema. Ja, und dann sind wir bei dem, ähm, ich würde schon ganz klar sagen, schwierig ist ein Thema, irgendwie diese Streams, André Langen gegen Lukas Frischmuth, ähm, ich glaube, den Kampfverlauf haben alle gesehen, ähm, wir haben halt einen Kopfstoß gesehen, der als unabsichtlich gewertet wurde, und, ähm, zu einem No-Contest geführt hat. Ich bin natürlich irgendwo in der Rolle von jemandem, der als Kommentator so ein bisschen nüchterne und unparteiche, welcher Sicht behalten muss. Klar, ich sitze jetzt in meinem privaten Stream, aber es ist halt irgendwo trotzdem meine Rolle. Ähm, ich hatte mich auf den Veranstalt, auf der Veranstaltung auch noch mit André Langen, sehr normal unterhalten, ähm, und fände es jetzt irgendwie auch unfair ihm gegenüber, wenn ich jetzt voll über ihn ablästern, ablästern würde. Ähm, ich hatte damals halt die Szene natürlich auch nur einmal im Stream gesehen, und, ähm, ja, finde es irgendwie nicht so richtig aufrichtig, dass ich Dinge jetzt gegebenenfalls sage, die ich ihm nicht einfach ins Gesicht gesagt habe. Ähm, es ärgert mich ehrlich rückblickend ein bisschen, weil ich schon sagen muss, mir hat sein Verhalten nicht gefallen im Cage, und ich fände, hätte es gut gefunden, wenn ich dann das irgendwie angesprochen hätte. Ich meine, klar, was will ich da jetzt Diskussionen führen? Wir haben uns irgendwie voll verpennt dann am nächsten Morgen halt am Frühstück getroffen, so, und ich wusste auch, okay, in zehn Minuten muss ich los, und ich trinke gerade noch meinen Kaffee, und dann muss ich dringend Tasche packen, also, was soll ich da jetzt mit dem irgendwie eine Diskussion darüber führen, dass ich sein Verhalten nicht so sportlich fand? Also, er spricht ja häufig davon, dass er, dass dem Sportsmanship sehr wichtig ist. Ähm, ich hatte im Stream aber zumindest ja schon gesagt, von daher, so unaufrichtig ist es jetzt auch nicht, dass ich, ähm, ja, das ein bisschen unangenehm fand. Ich hatte halt so ein Mein Gott, ey, auf den Lippen gelesen, ähm, und, das ist halt schwierig, finde ich, also, ihm halt anzustellen, also, Lukas Frischmuth vorzuwerfen, stell dich halt nicht so an, ähm, ich ziehe mal gerade einen Insta-Beitrag von Lukas Frischmuth dazu hier rüber, und, ja, kann ja einerseits, wir können uns hier nochmal die Szene anschauen, ähm, also, wir haben halt eine Position, in der, ja, Andre Langen mal, jetzt kommt die Aktion, Andre Langen mal on top landet, ähm, Kampferlauf bis dahin war halt, dass, äh, Lukas Frischmuth, ich glaube, der Reis hat mich jetzt zugezogen hatte, in denen, ähm, also, das war die Perspektive, die ich gesehen habe, ähm, drei Positionen, in denen andere langen Submissions hingen, und, ja, schon noch enge Re-Naked-Shokes überstehen musste, mal eine Arme verteidigen musste und so, und, ja, hier erstmals on top war und so ein bisschen gepaunet hat, aber halt, sieht hart aus, ähm, Lukas schreibt hier zu, das kann ich ja mal vorlesen, ähm, abschließendes Statement zu meinem Kampf bei der Cache, allen direkten Treffer wurden kontrolliert, namentlich die Arme, die auf der Innenbahn kontrolliert wurden, also damit meint er natürlich, ne, ähm, André schafft es nur so von außen so irgendwie so, ja, nicht ins Gesicht oder so zu schlagen, also, wie gesagt, sieht übel aus, dieses Ground and Pound, das wir hier phasenweise sehen, aber, muss man schon sagen, harte Treffer hatte, äh, Frischmund hier bisher nicht genommen, ähm, er wurden, wie gesagt, auf der Innenbahn wurden die kontrolliert, was die Erklärung beim Schlag abgerutscht hinfällig macht, das Video stellt deutlich dar, dass es sich hier nicht um ein Versehen handelt, sondern um ein, eine Verzweiflungstat, eine sehr schwache sportliche Leistung von jemandem, dem das Lippenbekenntnis zu sportmännischem Verhalten so wichtig scheint und mir ankreidet, nicht weiter zu kämpfen, wir haben bereits die nötigen Schritte bei der Gemauf eingeleitet, ähm, ja, das, der letzte Abschnitt halt irgendwo mal auf der Sachebene wahrzunehmen, äh, Lukas Frischmund wird Einspruch einlegen, ich weiß nicht, wie, inwieweit die Gemauf darauf reagieren wird, klar, wo können, wie sollte ich auch, ähm, der Vorwurf von Absicht ist natürlich ein schwerer, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal irgendwo klar so sagen, ähm, dementsprechend fühle ich mich auch irgendwo sehr unwohl damit, den zu unterstellen, aber ich fand, das Bewegungsmuster schon irgendwie relativ eindeutig, also kann es sein, dass das keine kalkulierte Überlegung war, boah, Mist, der Arsch, ich muss den jetzt einfach mal mit dem Kopf stoßen, weil das scheint der einzige Weg zu sein, und dann war das so eine bewusste Entscheidung, sondern irgendwie im Mode so irgendwie, was weiß ich was, in so einem Rage-Mode, das so unter, also ohne groß zu überlegen, getan zu haben, dann im Nachhinein gar nicht mehr als so signifikant wahrgenommen zu haben, weil man halt irgendwie unter Adrenalin stand, kann gut sein, ähm, aber ein eindeutiger Kopfstoß war es auf jeden Fall, und, ähm, ich erlebe halt Lukas Frischmuth beim besten Willen nicht als falschen Menschen, der dann irgendwie, also lasst euch gesagt, denn ich habe mich mit dem Freund sowohl ja öffentlich im Interview, als auch sonst so ein bisschen mit dem unterhalten, der ist richtig ambitioniert, die Karriere nochmal wirklich anzukurbeln, der weiß, dass er nicht mehr der Jüngste ist, aber hat irgendwie so ein Feuer, das nochmal so ein bisschen mehr entfacht ist in dem, und der will wirklich noch was reißen im Sport, ähm, wir haben den Kampferlauf gesehen, und es lief nicht schlecht für ihn, warum sollte er einen einfachen Weg suchen und schauspielern, also dass der wirklich von diesem Schlag so benommen war, wie er nach außen hin zeigte, das glaube ich ihm zu 100%, das kann ich klar sagen, ähm, dementsprechend unangenehm fand ich halt diese Vorbereitung, von wegen, mein Gott, so, hab dich doch nicht so, zum Urteil zu kommen, war das Absicht oder nicht, will ich nicht, muss ich einfach sagen, ich finde, in der Rolle befinde ich mich nicht, ähm, das soll die GEMA von mir aus einordnen, ich glaube, auch die sind mir zu urteilen vorsichtig, von daher bin ich mir nicht so sicher, ob die das so entscheiden, aber, ähm, ich kann, vor allem, das kann ich auch klar sagen, nachvollziehen, dass man diesen Einspruch einlegt, mhm, im Chat heißt es, es war halt offensichtlich absichtlich, wenn man sich die Szene nochmal anschaut, kann man so schreiben, ich wehre mich jetzt nicht gegen das Urteil, ähm, ja, aber meine Worte dazu sind verloren, dass ihr einige Interviews produziert, gibt mir Ground and Pound Vibes, das fand ich früher cool, wenn nach den Events, Interviews mit möglichst allen Kämpfern kommen, ähm, ja genau, das war auch so ein bisschen der Anspruch, ähm, das macht Merle, glaube ich, auch gut in der Rolle, ich glaube auch so, der eine oder andere Kämpfer will dann irgendwie gar nichts mehr mit denen kommen, ich hab wir jetzt nur noch feiern lassen, ich will zu meinem Team, und ich glaube, dass dann da irgendwie eine Frau steht, die sagt, doch bitte, fünf, vier Minuten, so, ich glaube, das kommt auch ganz gut, beziehungsweise, ich glaube, sie ist eine gute Person dafür, dass die Leute sagen, ja, komm, das ist so ein bisschen traurig, zu sagen, naja, ist halt eine hübsche Frau, so, ähm, aber unterbewusst macht es schon so ein bisschen was, glaube ich, mit Leuten, teilweise sind, glaube ich, Kämpfer da so ein bisschen nachsichtiger, und, ähm, ja, ich glaube, sie kann sich dreister dann einfach mal einschnappen und herzeln, doch, doch, muss sein, bitte, bitte, und dann kommt er wirklich so, ähm, die Stirn ist vor allem ein harter Knochen, und wenn du die Attacke nicht kommen siehst, dann tut das safe ordentlich, ja, 100%, also, wir haben ja das Taumeln gesehen, ähm, ich hab die Frustration auf jeden Fall auch sehr gut nachvollziehen können, also jetzt auf Seiten von Lukas Frischmuth, ähm, tat mir auch sehr leid, muss ich einfach sagen, und war halt bitter für alle Beteiligten, also für Fans, für beide Sportler letztendlich, also Andrelangen hat ein heftiges Eigentor geschossen, Mann, der kam da auch hin, um zu gewinnen und einen guten Kampf zu liefern, und, hat da irgendwie mit seinem Sohn, irgendwie, die ganze Zeit Zeit verbracht, der war vor Ort, und, ja, bin mir sicher, der wird auch frustriert sein, was soll ich sagen, ja, Tom, war da natürlich eine Ansage, ähm, wir haben über den Gegner gesprochen, hat man sich mehr von ihm erhofft? Natürlich, klar hatte man sich auch erhofft, dass der ein bisschen getestet wird, und wir ein gutes Hin und Her sehen, aber er hat es auch stark gemacht, muss man sagen, also, einerseits sollte man natürlich über die Stimmung sprechen, kein Plan, wie die im Stream rüberkamen, egal wie gut sie rüberkamen, ich bin mir sicher, sie war nicht so wie live, also, da war wirklich crazy, äh, Gänseholtstimmung, ähm, vor Ort, ich bin gar kein Sweet Caroline Fan, muss ich einfach sagen, ich mag das Lied nur so bedingt, aber, ähm, das steckt halt an, und, ähm, da waren schon, waren schon zwei, drei Leute für den, ähm, und, fairerweise hatte Abassi halt wirklich ganz, ganz, ganz wenig gegeben, um eigene Aktionen zu bringen, also, er stand ja durchgehend in einer Aktion, in einer Reichweite, in der Abassi wirklich nochmal einen Schritt auf ihn zugemacht haben, ähm, zugemachen müsste, Tom ist halt relativ leichtfüßig, was heißt relativ, für einen Heavyweight, ziemlich leichtfüßig, ähm, von daher war das, glaube ich, auch einfach ein schwieriger Kampf für Abassi, also, ihm wurde nichts gegeben, er hatte keine, keine Chancen, keine Fehler des Gegners, die er nutzen konnte, ich bin mir sicher mental, meine Güte, der Typ ist seit zehn Monaten in Deutschland, ähm, hat mir im Interview, ich glaube, teilweise war das so ein bisschen schwer zu, zu verstehen, aber da erklärt das, professionelles MMA im Iran nicht erlaubt ist, dementsprechende werden Trainingsbedingungen auch schwierig sein, musst halt vermutlich ein bisschen im Stillen trainieren, teilweise und so, ähm, in Deutschland musst du dich erst, musst du erst mal ankommen, und dann bist du da halt irgendwie in der Höhle des Löwen, ja, ich hab den drauf vorbereitet, ich hab ihm gesagt, ey, ich kann mir gut vorstellen, dass du dich, dass du nicht ganz einordnen kannst, wie viele Tickets Tom Höhlemann verkauft, du wirst da höchstwahrscheinlich ausgebucht und so, ich hab ihm versucht, das mitzugeben, weil es nur fair wäre, ich finde, das sollte er wissen, wenn er schon so cool ist, diesen Kampf anzunehmen, ähm, aber, selbst wenn er das wusste und versucht hat zu visualisieren, als der Außenseiter im Cage zu stehen gegen jemanden, von dem du natürlich dann auch mitbekommst, okay, der scheint richtig hoch gehandelt zu werden, dann schaust du irgendwie auch die High Kicker aus, wo waren sie denn, bei der EM, glaube ich, und so, die Leistung, die Tom schon abgerufen hat, muss schon, muss schon mental sehr fordernd sein, vielleicht hat er den Kampf auch so ein bisschen im Kopf verloren, ich glaube, wie gesagt, der abwartende Ansatz war so ein bisschen hoffnungsvoll, einerseits damit zu überraschen, andererseits vielleicht, ja, offene Lücken zu bekommen, einen auf ihn zustürmenden Tom Höhlemann, den man dann hart trifft, oder unter dessen Aktion man abtauchen kann, einen Take-Down holen kann, irgendwie sowas, ähm, konnte er irgendwas davon zeigen, natürlich nicht, und ich verstehe auch, dass man dementsprechend von außen sagt, naja gut, das war ja wohl ein Miss-Match, aber Höhlemann ist halt auch ein wirklich, wirklich starker Mann, ähm, ich bin gespannt, wo es mit dem hingeht, also ich hab da schon so ein paar Namen im Kopf, gegen die ich den eigentlich gern sehen würde, ähm, ich hoffe, ein paar werden, werden möglich, und, ähm, ja, würde mich freuen, wenn er natürlich eine erfolgreiche Profikarriere startet, aber gleichermaßen will ich das sehen, dass der gegen, gegen krasse Gegner kämpft, und wirklich gefordert wird, ich will sehen, was Tom kann, ähm, und, bin ganz zuversichtlich, dass es bei The Cage passieren wird, und vorher erst baut er einen Gym auf, das hat er dann ja im Interview gesagt, ähm, also im Post-Fat-Interview, ähm, im Vorhinein meinte er, es ist noch nicht so offiziell, warte mal noch ab, bis diese Info nach außen geht, da will ich noch nicht drüber reden, aber war natürlich auch schon, als ich ein Braunschweig war und so Thema, ähm, hat mir auch so ein bisschen was von erzählt, aber im Detail soll er das selbst tun, ich hab mir das Interview bei Showcatch Live gegeben, da hat er auch gesagt, ah, mit Größe und sowas, wer wird Trainer, etc., will ich alles noch nicht explizit werden, lasst euch mal überraschen, dementsprechend plaudere ich da jetzt natürlich auch nicht weiter aus, aber, ähm, ich hab den Standort gesehen, der sieht super aus, ich hab mir von ihm so ein bisschen erzählen lassen, wie Braunschweig als Markt ist, und da ist nicht so mega viel, auch im Umkreis Wolfsburg und so, da passiert nicht so mega viel, also ich könnte mir super vorstellen, dass, ähm, ja, alle Beteiligten da langfristig was Gutes aufziehen, es kann halt ein mega Rückhalt sein, ähm, wenn du als Sportler vor allem auch, als, also auch als Trainer aktiv bleiben, sich stets mit dem Sport beschäftigen und dann nicht an irgendeinem Schreibtisch zu sitzen, ich glaube auch, das ist eine gute Sache und eins sollte natürlich klar sein, umso erfolgreicher Hölle man in der Profikarriere, wird, umso besser ist es natürlich auch fürs Gym, stellt euch vor, dass irgendwann, ich übertreibe jetzt komplett, fünffacher UFC Champion, dann will aber jeder dort trainieren, ähm, von daher hoffe ich, das kann alles irgendwie Hand in Hand wachsen und, ähm, ja, wird einfach finanziell ein großer Erfolg, sollte klar sein. Ähm, Norcus gegen Rodriguez, ja, wie gesagt, war dann gleichermaßen eindeutig, hätte ich so nicht zwangsläufig erwartet, Rodriguez ist kurzfristig eingesprungen, ja, aber war halt echt sehr erfahren, hatte mir auch so ein bisschen angedeutet, dass er auch gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen drunter und drüber im Leben hat, ich glaube generell, dass der Typ ein schwieriges Leben hat, ähm, ich bin, ja, fairerweise hatte ich Phasen, also das Gefühl, ey, das ist schon irgendwie ein ulkiger Freak, so, aber, das ist halt auch so abgehoben, alleinig diese Bewertung über einen Menschen zu haben, also, der ist mit 18 aus Aruba, aus irgendeiner karibischen Insel, alleine in die Niederlande gezogen, hat dort mit der Zeit Kampfsport gefunden, der ist fünffacher Vater, ich habe mir eine Doku von einer holländischen Organisation angeschaut, so eine fünfminütige, in der er interviewt wurde, wo er es erzählte, er war phasenweise auch hinter Gittern, es gab Zeiten, wo er wirklich auf der schiefen Bahn war, sich dann wieder durch den Sport so ein bisschen gefangen hat und so, ey, safe, wir haben alle unsere Struggles, ich glaube, der ganz besonders große, ähm, vielleicht ist das dann auch so ein Grund, wenn der so ein turbulentes Leben hatte, warum er halt häufig auch Kämpfe verloren hat, also, wir haben den Rekord angesprochen, wie gesagt, er hat sich trotzdem immer gegen die Besten gestellt, also, was habe ich da nicht alles aufgezählt, Oki und Gommis in letzter Zeit, UFC-Kämpfer inzwischen, wie gesagt, Saladin Panas, Lomali, Max Koga, Matt Spinell, der hat wirklich kranke Leute schon gekämpft, ja, meistens verloren, aber häufig auch nur über die Punkte, ähm, von daher, ey, der hat sich da mit einem, gegen einen, also ein blutjunger Typ hat sich dem gestellt, ähm, du musst schon wirklich stark sein, um so jemanden dann so easy aus diesem Cage zu, zu, zu packen, Norkos hat es halt geschafft, ich bin echt überzeugt von, von dem, ähm, von dem Kerl, ist mir, wie gesagt, auch sehr sympathisch, also Norkos jetzt, letztendlich beide, wie gesagt, Rodriguez war so ein bisschen ulkig, aber ich habe mich auch mit dem gut unterhalten, wir haben tatsächlich noch danach, also nicht nur wir beide, sondern in der größeren Gruppe, in der Hotel-Lobby gesessen, und Francis Garno geschaut, äh, da saß er auch dabei, und man, ähm, cooler Typ, ich habe auch, die haben auch viel Umgang, ähm, gehabt, Norkos und Rodriguez, im Vorhinein war dann natürlich so eine Anspannung drin, aber es war alles, ähm, fair, ich hatte nie die Sorge, dass sie sich gleich, wenn die gemeinsam aus dem Bus steigen, irgendwie vor den Kopf hauen werden, und, ähm, ja, da, was weiß ich, was, äh, passiert, also das war alles cool, und, ähm, ja, schaut euch dieses Foto im Nachhinein an, finde ich schön zu sehen, das, das sind so die Sachen, die der Sport erzählen muss, das sollte in so der NDR-Doku vorkommen, das sieht brutal aus, ja, beziehungsweise, natürlich ist es brutal, aber, das sieht hasserfüllt aus, aber Hass ist in 99,9% der Fälle kein Thema, da haben sich zwei Sportsmänner miteinander gemessen, die an 364 Tagen im Jahr das gleiche Ziel haben, die letztendlich einen so ausgewählten Weg gehen, und am Ende des Tages gegen Leute antreten, die wenigen Leute, die gleich ticken, die haben die gleiche Liebe, die gleichen Ambitionen, ähm, und, ja, woran soll es dann scheitern, Mann, shake hands, der Bessere an dem Abend hat gewonnen, alles ist gut so, ähm, so viel, würde ich sagen, zu The Cage MMA, Tomate Bock heißt noch im Chat, die Halle war auf seiner Seite, so ist das nachvollziehbar, dass du als Gegner eingeschüchtert bist, denke ich auch, und, ja, aus Wolfsburg kam der letzte Gegner von Max Heine, du meinst Donkor, aber, so ein großes Gym, in dem noch ganz viele andere Profis aktiv sind und so, scheint es da nicht zu geben, also, hey, vielleicht wird der ja auch den ein oder anderen Besuch in Toms Gym machen, ja, ich habe jetzt gerade gesagt, so viel zu The Cage, aber so viel zu The Cage in Braunschweig, natürlich wurde jetzt auch schon das Main Event für Baling angekündigt, ich sehe auf jeden Fall zufrieden lächelnd, wie viele Likes es da gibt, wie viele Leute aus der Szene da irgendwie schon sagen, geile Sache, Mann, ich habe Bock, offenbar, also so interpretiere ich halt ein Like von sowas, was jetzt passiert, ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Leute, whatever, will nicht offen bleiben, ohne dass ich was drücke, finde ich eine Ansage auf jeden Fall, ich glaube, auch Deutschland hat mit dem Duell nicht unbedingt gerechnet, ich meine, es ist irgendwie so eine ganz klare Ansetzung, die man halt bei der NFC vermutet, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Vertreter von der NFC das nicht allzu zufrieden wahrgenommen haben, dass dieses Duell jetzt in Baling stattfindet, aber, keine Ahnung, das muss The Cage natürlich egal sein, ich bin mir auch sicher, das war irgendwie kein Schachzug von wegen, ha, 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 das wird NFC nicht schmecken, wir greifen die Leute ab und geben ein klares Zeichen, dass die NFC irgendwie nicht mehr relevant ist, sondern man hat einfach geschaut, wer ist gerade, wer ist gerade in dieser Region vor allem gefragt, wer ist relevant, Tasso, Stuttgart, Baling macht nur Sinn, der Federgewichtsgürtel, ähm, ist vakant, vorher von, von Lascha Abramisch will ja gehalten und Mann, der gehört einfach auf größere Bühnen, ist inzwischen bei Brave und ich bin froh, dass er es ist, so gerne ich den kämpfen sehe, ich würde natürlich gerne einen weiteren Lascherkampf kommentieren, aber, also, wem willst du denen in Deutschland dann jetzt geben, das ist wie gesagt, nicht das sportliche Niveau, also nicht die sportliche Bühne, auf die der gehört, von daher finde ich es nur cool, dass man sich umschaut, wer könnte den ersetzen, ich finde Tasso absolut gerechtfertigt, also der hat einige Siege eingefahren in Folge, ähm, klar, der hat auch schon seine Defizite gezeigt, ne, er sagt ja immer schön lächelnd, Szena am Boden, ich weiß gar nicht, was du sagst, ich hab alles dominiert, weiß er, wenn du das zeigst, nein, es gab Szenen, in denen er schon auf dem, auf dem Rücken liegend nicht so mega gut aussah, ähm, und es gibt halt einen Kampf, der einen richtig, richtig kitzelt, einen Remage sehr gerne haben will, und das ist eben Maurice Adorf, also, ja, ich hab ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es auch so ein bisschen Hate geben wird, von wegen, was hat denn Maurice zuletzt gezeigt, wie kann der denn jetzt um einen Titel in einer anderen Organisation kämpfen, aber man muss schon auch sagen, das war ein Bantamweight, ich glaube, der gehört ins Federgewicht, ich finde, das ist, ja, nur eine sinnvolle Sache, wenn ich mir so das Gesicht von Maurice Adorf von Bantamweight anschaue, strahlt es, finde ich, bereits aus, dass das nicht seine natürliche Gewichtsklasse ist, ja, es gibt Leute, die machen harte Cuts, und, äh, schaffen da wirklich nochmal richtig viel, dann, keine Ahnung, Aldo hat, spät in der Karriere einen Cut gemacht, oder Edson Barbosa, wo ich mir wirklich bei beiden dachte, oh Gott, nein, das tut euch bestimmt keinen Gefallen, und sie haben es getan, sie sind dafür wirklich, dadurch wirklich nochmal, ähm, ja, erfolgreicher geworden, als ich es vorher nochmal vermöglicht gehalten hätte, aber ich glaube, Maurice Adorf ist ein Federgewicht, ähm, es wird ein spannender Kampf auf jeden Fall, ich meine, Tasso-Stil muss man nicht beschreiben, ich schätze auch, Adolf-Stil muss man nicht beschreiben, ähm, das wird ein Bulle gegen Matador-Ding, ich bin gespannt, sollt, ob jemand von den beiden shooten wird, ich habe gerade gesagt, ähm, Tasso sah vom Rücken aus teilweise schon nicht so gut aus, ich habe Adolf nie als Grappler oder Ringer wahrgenommen, vielleicht wird der uns ja überraschen, vielleicht will Tasso den langen Typen, der ihn natürlich auf Distanz halten will, und von außen zerlegen will, vielleicht wird der den ja auch mal irgendwie greifen und zu Boden holen wollen, und mit Ground and Pound bearbeiten wollen, das wird, da wird Feuer drin, ähm, drin sein, ich finde es stark von, von Adolf, dass er diesen Kampf annimmt, kann ich an der Stelle auf jeden Fall sagen, ich meine klar, im Chat ist es jetzt, ey, das sind Pricefighter, irgendwo müssen die auch kämpfen und so, klar, man könnte da jetzt ganz, ganz hämisch sagen, wie viele Optionen hat er denn gerade, weiß ich nicht, natürlich, keine Ahnung, aber der kann ja auch im Ausland kämpfen, der hat ja ein Management, so, ähm, zu sagen, ich habe den Typen doch besiegt, trotzdem kämpfe ich ein weiteres Mal gegen ihn, finde ich schon stark, muss man auf jeden Fall respektieren, ähm, wie gesagt, ich glaube, im Federgewicht ist er gut aufgehoben, ist auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung die bessere Gewichtsklasse für ihn, ich hoffe, der wird trotzdem auch nochmal so jetzt, nach diesem Bantamweight Run, so ein bisschen Masse aufgebaut haben, vielleicht mit einer ganz anderen Physis im Federgewicht starten, als wir es damals gesehen haben, zugegeben, keine aktuellen Bilder von ihm, ähm, vor Augen, wollte gerade live schauen, aber, wir werden sehen, wie er am 30.11. aussieht, oder, in der, in der Zeit davor, ähm, ich persönlich finde es gut, wie gesagt, ich glaube, im Federgewicht kann der sich körperlich auch nochmal entwickeln, aber stellt euch vor, der hat genau diese Schlüsse danach gezogen und gesagt, okay, dann jetzt aber richtig ab auf die Handelbank, so, ähm, und wird da als relativ massiges Federgewicht, äh, in den Cage steigen, weil Tasso ist es auf jeden Fall, ich glaube, das unterschätzen Leute bei der Physis, aber, viele haben ja auch schon mitbekommen, dass er teilweise ein bisschen mit dem Gewicht gestruggelt hat und so, ähm, der hat schon, also, wenn der, wenn der vor allem steht, ich glaube, der ein oder andere wäre ein bisschen, würde ein bisschen zucken, was für ein kleiner Panzer das doch ist, ähm, das wird geil, und da wird, wie gesagt, natürlich, Tasso bringt immer irgendwie Energie, auch Maurice lässt sich nicht volllabern und irgendwie dann als den Gebullieten darstellen, ich glaube, auch der wird entgegensetzen, lasst euch gesagt sein, in the Cage wird das nicht als irgendwie Grudge-Match mit, boah, die beiden hassen sich und bitte disst nochmal gegeneinander und schießt doch nochmal und stichelt, hoffentlich schubst du erst beim Face, auf die Art wird das nicht aufgebaut, ich hoffe auch, das wird sportlich bleiben, natürlich werden die sich gegenseitig sagen oder beide im Interview voneinander, ähm, ich hoffe, oder ich werde dich zerlegen und dominant besiegen und du wirst dein blaues Wunder erleben, alles schön, ähm, ich hoffe einfach, das wird, ähm, ja, aber dabei bleiben, eine sportliche Sache bleiben, ich hoffe, beide kommen gesund in diesen Cage, können performen und wir sehen einfach einen geilen Kampf, ob das Main Event wird, das war die Frage gerade im Chat, weiß ich nicht, es werden ja zwei Titelkämpfe an diesem Tag stattfinden, es wurde ja auch bereits jetzt in Braunschweig verkündet, ähm, auch der zweite wird auf jeden Fall sportlich, sehr, sehr nice, ich freue mich wirklich auf Baling, generell die Karte, lasst euch gesagt, denn die wird nice, dass die übers Planet Eater so ein bisschen aufgezogen wird, ist ja nur logisch, also wir werden noch so ein paar Planet Eater Jungs, ähm, auf der Karte haben und, ja, ich glaube, das wird der nächste Schritt wirklich, also ich glaube, das wird ein Event, da wird MMA Deutschland drauf schauen, ich war jetzt schon mit den Streamingzahlen, also mit den Klickzahlen im Livestream, ähm, persönlich, ich bin aber natürlich auch nur der Kommentator oder einer der Kommentatoren, ähm, ich war sehr zufrieden damit, aber ich glaube, Baling wird nochmal größer, ich glaube, die Halle wird krass, mhm, also die Stimmung vor Ort wird krass, lasst euch gesagt sein, wenn ihr irgendwie aus der Region kommt, oder das einigermaßen erreichbar ist, holt euch Tickets, und die gehen jetzt schon, so wie ich es gesagt bekommen habe, ich habe zugegeben noch gar nicht reingeschaut, ähm, gehen schon gut weg, umso mehr Kämpfe verkündet werden, umso eher wird dann natürlich auch, äh, werden da weitere Interessenten kommen, in Braunschweig war es jetzt so, dass mit der Zeit irgendwie noch große Rabatte, ähm, gegeben wurden, einfach, ehrlich gesagt, weil die Halle nicht ausverkauft war, und man versucht hat natürlich noch ein bisschen was anzukurbeln, ich könnte mir vorstellen, dass man in Baling, ähm, und ja, sehr optimistisch gedacht, ich glaube, Thomas, falls du im Stream bist, oder im Nachhinein schaust, der denkt sich, boah, lobt den Tag nicht vor dem Abend, wer weiß so, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man eine Woche vor dem Event oder so sagt, ja, nichts mehr verfügbar, letzte Tickets in der Abendkasse, aber, an sich, voll, ähm, sollte das der Fall sein, glaube ich, umso, umso mehr von der Fightcard verkündet wird, umso eher werdet ihr euch als Fans, der Leute nicht immer mehr Szenen ärgern, also kommt da rum.